Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Zwetschgendatschi mit Mandeln. In Schwaben nennt man den Zwetschgenkuchen mit Mandeln liebevoll Zwetschgendatschi. Doch nicht nur dort erfreut sich dieser schlichte Kuchen, egal ob am Sonntag zu Kaffee und Kuchen oder als vollwertige Mahlzeit, großer Beliebtheit. Es handelt sich um ein typisches Saisonalgericht, das die Zwetschgenernte und damit den Herbst ankündigt. Wer das restliche Jahr nicht auf seinen Zwetschgenkuchen verzichten will, kann ihn aus eingefrorenen Zwetschgen oder aus Zwetschgenmus herstellen. Für ein Backblech werden folgende Zutaten benötigt. Hefeteig 200 ml lauwarme Milch Halbe Würfel Hefe 400 g Mehl 100 g Zucker 75 g zimmerwarme Butter 1 Ei Prise Salz Beläge 1 kg Zwetschgen 100 g Zucker Mandeln gehackt oder in Scheibchen 1 halber Esslöffel gemahlener Zimt Folgende Utensilien werden benötigt. Backblech ausgelegt mit Backpapier Quirl Nudelholz Sieb Zubereitung Vorbereitung Butter Butter circa eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen oder in Mikrowelle anwärmen. Backblech mit Backpapier belegen. Milch erwärmen. Teigboden Mehl Mehl, Hefe, Zucker, Salz in eine Schüssel geben und gut verrühren, Handquirl, Gabel oder Löffel. Butter würfeln und hinzugeben. Ei hinzugeben, eventuell vorher mit einer Gabel verrühren. Je nach Konsistenz des Teiges die warme Milch zugeben. Teig gut durchkneten. Den Teig zugedeckt 30 Minuten an einen warmen Ort gehen lassen. Backen Zwetschgen halbieren und entkernen. Teig auf Backblech ausrollen. Teigboden mit Zimt bestreuen. Den Boden mit den Zwetschgenhälften belegen. Mandeln darüber streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius Heißluft im mittleren Auszug 25 Minuten lang backen. Den fertigen Kuchen zum Abkühlen aus dem Ofen nehmen. Falls die Zwetschgen durch das Backen sauer geworden sind, etwas nachzuckern. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao. Schlagsahne oder Vanillesahne. Diese Varianten gibt es. Weitere leckere Pflaumen- und Zwetschgenkuchen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!